hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer unwetterwarnungsmission von agent 14 kenne ich noch nicht auch nicht und das ist so eine mission die man in der kommandern zentrale startet ok ok ich wollte eigentlich fahren schießt du mal lieber da haben wir gerade mein geld ein das sollte ich auch machen ich habe null bei mir das einzige problem ist ich kann nur nach vorne schießen also heute drinnen die mit sachen schießen habe ich hinter uns ja da ist das explodiert das ist eine coole mission bisher macht es spaß sehr schön da ist er dann mach ich erstmal den kleinen heli platt ja oder schieße erstmal die person aus dem anderen heli ok habe ich hinten keine person mehr drinnen fahr nicht zu schnell kann ich so hoch zählen muss mir nur sagen dass wenn fort vor uns ein fahrzeug ist dann mache ich die platt ok egal wer da runter fällt bin mal gespannt bisher sieht es ja für uns ganz gut aus sage ich jetzt mal ja das vielleicht der das erste nicht in die hose geht flugzeug was ist das für leute hinten dran oder wie fliegt denn der ja weiß ich auch nicht wieder so fliegen können ich fahr hier nur so ein bisschen durch die welt ich fahr hier nur so ein bisschen durch die welt geschichte rum ich finde das witzig voll gut während du hinter den her fährst gucke ich auf auf dem fernseher olympia noch ein flugzeug jawohl warte ich fahr hier rüber mhm da ist keiner hinten drinnen glaube ich das gute ist immer auf die rotoren schießen oben drauf steht jemand ja scheiß auf den so jetzt hören die rotoren auf komm oh wieder ein cargo bob fang den letzten ok ja geil on alter hm ich sag ja geil on wie du so geflogen bist wie weit müssen wir da hin fahren boah wenn du so weitermachst und so quer durchfährst dann sind wir schnell da was auf hier ist das gefängnis oh da komm gehe ich da wo wow sind tot vergiss nicht du kannst ja minen werfen ne habe ich gerade links da ist er da ist er da ist er ich sehe den nicht mehr ich auch nicht doch da der ist schnell ja am besten gleich auf die autobahn dann haben wir oh da ist noch ein helikopter hinter uns pass auf ich habe die hinten noch nicht raus geschossen jetzt boom 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 jawollo geil what wow alter die habe ich gar nicht gesehen sind da oben auch noch welche auf der brücke warte nicht nicht abschießen achso ok willst du auch was gutes tun ja warte du fährst falsch ich weiß hab mich auch festgestellt yo oh jetzt fängt das schon wieder an was denn zu laggen wie sonst was echt ja du bist wieder gegen eine wand gefahren und auf einmal warst du achso dieses laggen ok das ist ok wenn ich immer dieses nüt höre und dann explodiert einfach alles ich kann aber keine mehr werfen nicht das war es maximal fünf aktive also ich habe anscheinend welche geworfen ohne dass die explodiert sind oder so ok doch habe eine abgelegt wenn da noch einer kommt den nehme ich mir ok wenn noch einer kommt ja dann kommt bestimmt noch einer oder ne das ist das letzte bisschen da kommt keiner mehr ich wollte die gerade abknallen dabei sind es unsere leute beim ersten versuch sehr gut alter 13.240 ja wenn wir so weitermachen dann können wir ja ähm äh bei der motorrad gang noch ein bisschen mehr aufbauen ja richtig gefällt mir gut ich habe auch acht tote gemacht mit b bahn say hello to palme weiß wo ist einer drinnen hier in der lobby im teamspeak ach da ja ja gta du bist echt äh der geilste es lädt auch bei dir noch ne ja ja bei mir lädt es auch noch Netflix wurde mit nur einem neuen Artikel bestückt einem einem einzigen ja heute heute ist eine sache hochgeladen worden und das ist regression mit äh wie heißt sie Emma Watson a sexual assault ok mit Emma Watson Dale Dickey die anderen kenne ich ja nicht mobile kommende zentrale wiederholen die ist hier irgendwo in der Nähe wieder warte mal wo sind die doch da hinten was ist das ach so das ist die Garage äh äh congratulations on that job you should be proud yay was denn wir werden gerade äh dingst ähm congratulations to the job hat er gesagt you can be proud echt ja cool willst du mal fahren das große ding äh nö ich dachte wir machen jetzt noch so eine Mission achso ja können wir auch machen jo war ja eigentlich ganz witzig wir müssen mal gucken ob wir die Mission schon freigeschaltet haben weil wir müssen dafür ähm im Bunker äh Vorräte sammeln um weiter Missionen machen zu können erst mal muss ich Geld einzahlen das ist schon mal ganz wichtig mach das mach das ich hab mir jetzt mal das neue Scharfschützengewehr gegönnt das neuere ja sehr gut das solltest du vielleicht auch machen das kannst du ja auch in dem Fahrzeug hier machen ah ja das das ja das wird nicht funktionieren warum wenn ich nicht so viel Gehälter habe oh doch du hast doch gerade eine Menge Geld gekriegt ja 13.000 aber das diese mobile Operation ist nicht verfügbar stehlen sie mehr Produktionsvorräte für Waffenschmuggelunternehmen um diese Mission freizuschalten das heißt wir müssen nochmal hochfahren und äh nochmal ein paar Sachen klauen ich kann bei deinem Typ nix kaufen doch kann man mit nein kann ich nicht du musst hier stehen ja ja und dann E drücken ja kann ich nicht warum nicht hier ist nix hier ist nix das kannst du scheinbar scheinbar ähm was denn? wollen wir dann vielleicht vorher nochmal eine andere Organisationsmission machen jetzt wo wir grad hier unten sind und das andere in einer anderen Folge das können wir gerne machen ja oder lass uns doch mal lass uns doch mal lass uns doch mal zwei hochwertige äh zwei Oberklasse Fahrzeuge verkaufen jawoll gute Idee lass uns das doch mal machen wir sind nämlich direkt also fast direkt neben der Garage bei der Garage ja ja ich lass mein ähm mobiles Dingern hier stehen und fahr mit dem Fahrzeug ja was hinten drin war da werde ich aber ein anderes Fahrzeug auf jeden Fall noch reinpacken ein geileres Fahrzeug was sich auf jeden Fall auch besser fahren lässt oh toll toll wo bin ich denn rein lang gefahren ich Idiot nein nein alter au au ich komm nicht über den Zaun ich komm nicht an dem Zaun vorbei warum weil ich irgendwie gefangen bin soll ich dir grade helfen kommen? hier ne ich bin da oh ich habe aus Versehen allein eintreten gemacht muss man manuell reinkommen ich bin schon drinnen ach so ist ja sehr gut hast du gesagt? oh nein was? ne sichere Goldmedaille hat es jetzt gerade versaut wie? ah Felix Loch Rennrodelfahrer der alles gewinnt der einfach alles gewinnt hat jetzt nicht geschafft ja Österreicher hat gewonnen scheinbar wer ist denn das? also Oberklasse sollten wir verkaufen hast du gesagt ne? ja zweimal Oberklasse ok dann werde ich mir die schönsten Oberklasse Fahrzeuge aussuchen nur fünfter ist Felix Loch geworden ach so Oberklasse ist ja gleich ne Standardklasse Oberklasse sortiert nach Klassen Oberklasse oh du darfst du darfst den da fahren ich fahre den da oder ne wir suchen eins eins aus Fachhändler alter Provision 200.000 Modifikation benötigt 40.000 oder wir verkaufen es glatt für 80.000 ohne irgendwelche Modifikationen nö ich modifiziere die so oh ich darf den True Fate Z-Type fahren jawohl Pfeilsender entfernen so ich jetzt ich ja ich 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 Ja, natürlich. Warte auf andere Spieler, Partyplücks. Ja, ja, verbleibende Zeit. Ah, wie geil. Hast du fertig? Nein. Ich habe jetzt nicht viel an dem gemacht. Nur das, was sein musste. Immer dieses Klopfen auf die Tastatur, ey. Notiere neue Felgen. Passt du überhaupt nicht da drauf. Okay. Dass das jetzt nicht so... Langweilig ist es für euch, bin ich jetzt zwar fertig. Ich hube jetzt einmal. Mein Hup ist schön. Warte, ich höre dich noch nicht. Ja, gleich, wenn ich draußen bin. Ha, geil. Achso, du darfst auch keinen Unfall bauen, ne? Nein, nein. Versuchen keinen Schaden zu Oberdachensspieler. Eine Million neunundertfünfundzwanzigtausend fahren wir gerade. Achtung. Boah. Eng. Alter, das Auto hört sich so geil an, ne? Ja, meint's auch. Richtig geil. Hast du die Ausfahrt verpasst? Hast du einen Schaden gemacht, ne? Nein, ich habe keinen Schaden. Ja, sehr gut. Bisher noch nicht. Ich will dich mal deine Worte erinnern. Wir haben doch Zeit. Fahr doch ein bisschen langsamer. Ja, genau. Aber ich kann gerade richtig gut durchfahren. Also ich habe... Ja, ich auch. Oh nein. Oh nein. Okay, er fährt dann jetzt vorbei. Ja. Alter, wie geil sich die Karre anhört. Ich will die behalten. Ja, das Schmuckstück, was ich fahre, äh... Würdest du auch gerne behalten, ne? Ja. Boah, war das eng. Ich bin links... Ich bin rechts neben dir. Ja, ist gut. Ich weiß Bescheid. Bleib hinter dir. Jo. Wenn du nicht wieder Lecks bekommst und dich dann auf einmal... Und du auf einmal in mir spawnst. Ja, ich hoffe, das passiert heute nicht. Du hast dein Auto gerammt. Nein, habe ich nicht. Ehrlich nicht. Es leckt. Es leckt. Warum leckt es denn jetzt? Warum bist du dran vorbeigefahren? Wo dran vorbei? Von der Haustür? Ich muss woanders... Nein, ich fahre von oben rein. Mir wird so angezeigt. Oh, oh, oh. Jawohl! Oh, ja. Barzahlung. Ne, Bezahlung steht da. 200.000, Alter. 0% Verlust, Alter. Sehr geil. So. Jo, 100.000 ich und du 100.000. Ne, ich habe 5.000 gekriegt. Nur? Ja. Alter, what the fuck, ey. Erstmal Geld einzahlen. Ja, sollte ich auch machen. Das ist das Problem bei dem CEO-Ding. Du kriegst halt sozusagen einen Lohn. Diese 5.000, die du da immer kriegst oder mehr. Ja, aber du kriegst halt nie viel. Ja, weil bei mir stand nur einmal 100.000. Ich habe auch nur 100.000 gekriegt. Guck mal bei dir... Guck mal bei dir drauf. Nein, ich habe nur 5.000 gekriegt. Mein Konto stand ist 34.000. Hä? Ich hatte 700.000 vor der Mission. Jetzt habe ich 800.000. Alter, die haben uns beschissen um 100.000. Mhm. So. Aber dann würde ich auch sagen, dann haben wir es doch schon wieder geschafft für heute. Wir haben es geschafft für heute auf jeden Fall. Zwei Missionen. Zwei Missionen, die Spaß gemacht haben. Die mega viel Spaß gemacht haben, ja. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Bis zur nächsten Folge. Irgendwas anderes tun. Rausgehen. Feiern. Nicht nur die ganze Zeit vor dem Fernseher oder Bildschirm hocken. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Viel Spaß. Tschüss. Himmete. Himmete.